Wo wir gerade hier sind, hier haben wir noch einige Einstellungen, die wir machen können. Wenn das zum Beispiel in der Regel Ihr Arbeitskalender ist, dann können Sie auch die Ansicht von 7 Tagen hier zum Beispiel auf 5 verkürzen. Dann wird das Wochenende ausgeblendet. Sie können hier bestimmen, ob die Woche am Montag beginnen soll. In anderen Ländern ist die Standardkalenderansicht zum Beispiel beginnend am Sonntag. Das können Sie hier anpassen. In der Wochenansicht können Sie blättern um Wochen oder Tage. Das heißt, Sie können zum Beispiel mit dem Trackpad oder hier oben mit den Pfeilsymbolen auf die nächste Woche klicken. Oder wenn Sie ein Trackpad benutzen mit zwei Fingern nach rechts oder links wischen, dann ändert sich die Ansicht um den entsprechenden Eintrag. Jetzt rufe ich nochmal eben kurz die Einstellung auf. Und das können Sie hier ändern, indem Sie hier zum Beispiel von Wochen auf Tage wechseln. Und jetzt wird quasi nur tageweise weiter geblättert. Hier haben Sie noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel wann Ihr Tag endet und beginnt. Das ist in der Regel für Ihre Arbeitszeiten ganz interessant. Wenn Sie zum Beispiel hier 16 Uhr eingeben, dann sehen Sie anhand der Schattierung im Kalender, dass dort entsprechend der Bereich dunkler dargestellt wird. Das heißt, Sie können sich also hier farblich oder in der Tönung einer Farbe Ihren Arbeitstag kenntlich machen. Und momentan sehen wir hier zwölf Stunden in unserer Ansicht. Das betrifft jetzt den Tages- oder Wochenkalender. Das kann ich aber auch entsprechend erweitern oder verkürzen. Und dementsprechend wird hier ein anderer Bereich angezeigt. Das Ganze ist aber natürlich scrollbar. Das heißt, Sie können grundsätzlich durch den ganzen Tag scrollen. Sie haben hier ebenfalls die Möglichkeit, zu Ihren Einträgen auch noch die Uhrzeiten einblenden zu lassen. Das heißt, Sie bekommen so sehr viel mehr Informationen in der Komplettansicht dargestellt. Und wenn Sie in Ihrem Adressbuch auch Geburtstage zu den einzelnen Adressbucheinträgen hinterlegt haben, dann können Sie sich diese Geburtstage ebenfalls automatisch als Kalender einblenden lassen. Ich hatte Ihnen ja eben schon gezeigt, wie Sie sich an Ereignisse erinnern lassen. Das können Sie auch automatisch machen, indem Sie sozusagen zu sämtlichen neuen Ereignissen eine Standard-Erinnerungszeit einrichten. Wenn ich hier zum Beispiel 60 Minuten vor Beginn als Standard anwähle, dann wird jedes Ereignis mit einer Erinnerung versehen, ohne dass Sie das manuell machen müssen. Anpassen kann ich das natürlich jederzeit über den Einstell-Dialog. Gut, ich schließe mal hier die Ansicht wieder. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier über den sämtlichen Ansichten die gesamten Einträge komplett sichtbar. Auch in der Jahresansicht wurden jetzt hier die Tage entsprechend farbig markiert. In der Tagesansicht, wie gesagt, sehen Sie ab dem aktuellen Tag alle zukünftigen Ereignisse auch nochmal als Liste angezeigt. Den Bereich, den ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, ist der Bereich Aufgaben. Der ist standardmäßig auch noch gar nicht aktiv, aber ich werde den einfach mal aktivieren, indem ich eine neue Aufgabe erstelle. Zum Beispiel ist ja vieles, was wir am Tag erledigen, nicht unbedingt mit einem Termin verknüpft, sondern ist nur eine Aufgabe. Und um die mit iCal anzulegen und zu verwalten, klicke ich hier einfach mal auf Ablage und wähle hier Neue Erinnerung. Erinnerung ist das neue Wort in iCal. Wenn Sie mit einer früheren Version von OS X gearbeitet haben, dann hieß diese ganze Funktion nach Aufgabe. Jetzt heißt es Erinnerung. Also Neue Erinnerung oder Kurzbefehl, Befehl K. Und dann wird hier auch rechts der Erinnerungsbereich angewählt. Und auch hier können Sie die Erinnerung einem Kalender zuweisen. Sie sehen hier jetzt schon wieder, dass die Farbe blau vergeben ist. Das ist also mein Bürokalender. Wenn ich hier ins Leere klicke, wird der Eintrag übernommen. Und ich kann das natürlich jetzt jederzeit wieder ändern. Ich klicke einmal mit der Maus drauf, mache hier einen Rechtsklick und kann jetzt zum Beispiel ohne ein extra Menü zu öffnen, den Kalender wechseln, wo diese Aufgabe zugehören soll. Wenn ich hier Privat anwähle, bekommt er auch automatisch die grüne Farbe. Ansonsten kann ich hier natürlich auch einen Doppelklick drauf machen und kann hier auch einige Einträge vornehmen. Die sind nicht ganz so umfangreich, wie sie bei einem Ereignis sind. Aber Sie können hier zum Beispiel auch einen Tag zuweisen, wann die Aufgabe erledigt werden soll. Sie können sich erinnern lassen und einige Funktionen, die Sie bei dem Ereignis haben, finden Sie auch hier. Hier finden Sie zusätzlich noch den Bereich Priorität. Das heißt, Sie können der Aufgabe eine hohe Priorität oder eine geringe Priorität hinzufügen. Das bekommen Sie dann noch optisch hier angezeigt. Wenn ich schließe, sind die Änderungen übernommen. Die Priorität, wie gesagt, kann ich auch hier einrichten, indem ich einfach auf dieses Symbol klicke und dort die Priorität ändere. Ich mache nochmal einen Doppelklick drauf und nenne das Ganze hier einkaufen, damit das Ganze auch mal einen Sinn bekommt. Und schließe den Eintrag wieder. Sie sehen also, Sie haben in iCal die Möglichkeit, Ereignisse anzulegen und diese auch verschiedenen Kalendern zuzuordnen. Und hier können Sie, was ich am Anfang schon sagte, auch Kalender ein- oder ausblenden lassen. Um ganz schnell einen Eintrag vorzunehmen, dafür hat Apple neu hinzugefügt dieses kleine Plus-Symbol. Und wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie sozusagen einen Kalendereintrag so vornehmen, wie Sie ihn auch sagen würden. Zum Beispiel, wenn ich am nächsten Freitag ein Meeting habe, dann könnte ich jetzt hier reinschreiben, Meeting am Freitag. Und ich kann auch die Uhrzeit einfach als normalen Satz eintippen. Um 13 Uhr, sagen wir mal, bis 15 Uhr. Und Sie sehen, ich habe jetzt sozusagen alle Daten als Text eingegeben. Und wenn ich jetzt auf Return drücke, dann sehen Sie, ist der Eintrag automatisch hier genauso übernommen worden, wie ich ihn oben in dem Feld eingetippt habe. Eine gute Möglichkeit, um mit normaler Sprache sozusagen Termine hinzuzufügen. Und das Praktische ist, Sie können auch Termine eintragen, die sehr weit vom aktuellen Datum entfernt sind, ohne erst lange durch Ihren Kalender scrollen zu müssen. Und fertig können Sie hier auch die Einträge als Bestätigung vornehmen lassen. Als letztes zeige ich Ihnen noch, wie Sie in iCal auch Kalender abonnieren können. Das heißt, es gibt viele Anwender, die iCal-Kalender erstellt haben. Und diese iCal-Kalender lassen sich durch Ihr iCal über diese Funktion Abonnieren auch in Ihren Kalender integrieren. Sie klicken also hier auf Abonnieren. Und dann sehen Sie hier, müssen Sie eine Adresse eingeben. Ich breche das mal hier ab. Es gibt eine Webseite, da ist es sehr einfach, Kalender zu abonnieren. Und zwar gehe ich dazu mal auf Safari. Und hier gehe ich auf die Seite iCal-Share. Und den Link zu dieser Seite finden Sie ebenfalls auf der DVD. Und wenn ich auf dieser Seite bin, hier kann ich zum Beispiel einen Suchbegriff eingeben, zum Beispiel Bundesliga. Und wenn ich die Suche durchführe, sehen Sie, bekomme ich hier eine Liste angezeigt. Und ich werde hier mal einen Kalender anklicken. Und hier unten finden Sie den Eintrag Subscribe to Kalender. Und wenn Sie das machen, ist das Praktische, dass iCal sofort übernimmt, das Fenster aufruft, was ich Ihnen gerade eben schon gezeigt habe, zum Abonnieren und die entsprechende Adresse eingibt. Und wenn ich hier auf Abonnieren klicke, dann bekomme ich das Informationsfenster zu den Kalendern angezeigt. Und hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit, eine eigene Farbe vergeben zu können. Ich kann hier eventuell vorhandene Erinnerungen oder Anhänge entfernen. Und ich kann sagen, wie häufig der Kalender aktualisiert werden soll. Der Unterschied zwischen einem eigenen Kalender und dem abonnierten Kalender ist nämlich, dass Sie bei einem abonnierten Kalender keine Einträge selber vornehmen können. Das können Sie nur bei selbst erstellten Kalendern. Die Abonnierten werden sozusagen mit Inhalt gefüllt und Sie abonnieren Ihren Kalender und durch das Abonnement werden die Änderungen, die auf diesem Kalender vorgenommen werden, automatisch auch bei Ihnen aktualisiert. Das heißt, ich bestätige das Ganze einmal mit OK. Und Sie sehen, ich bekomme jetzt hier oben links den Kalender unter der Rubrik Abonnements angezeigt. Und Sie sehen auch, die Einträge sind hier schon vorgenommen. Das heißt, diese Einträge wurden ja erstellt und durch mein Abonnement bekomme ich diese Kalendereinträge angezeigt. Das heißt, wenn ich hier mal auf die Monatsansicht wechsle, sehen Sie, hier sind sämtliche Spieltage aufgeführt, mit welchen Begegnungen. Und stöbern Sie ruhig mal ein bisschen auf der iCal Share Seite. Dort sind viele interessante Kalender, auch zum Beispiel über Feiertage oder Ferienkalender. Das sind also viele nützliche Kalender, die Sie sich abonnieren können. Sie sehen also, mit iCal haben Sie eine umfangreiche Termin- und Aufgabenverwaltung mit an Bord, die sehr flexibel einzusetzen ist und gerade im Vollbildmodus eine angenehme Oberfläche zur Verfügung stellt.